Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Hibachi Gaming, Flo Flipp Start, heute mit dem noch 19 Uhr Content, es ist Donnerstag und das letzte Mal 19 Uhr für Ultimate Birthday. Fearful Birthday und was war das für eine geisteskranke Promo? Woche 1, aber auch Woche 2 und heute der quasi letzte Tag, bevor es dann morgen losgeht mit der Golasso Promo. Das wird heute auch ein Hauptthema dieses heutigen Videos sein, trotzdem gehen wir rein natürlich für jede Woche Donnerstag in die Top Partie in der SPC. Lea Williamson ist außerdem auch am Start und wir gehen hier wieder rein in die Tagessammel-Abgabe der SPC. Wir haben neue Loading Screen, wir haben neue Ziele am Start, wir gehen rein in das Store, gucken uns alles Neues an hier in die AFC. Also bleibt gern bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen und damit let's go und rein ins Video. Ja und wenn ihr täglich hier nichts verpassen wollt, nehmt euch noch kurz wieder eine Sekunde Zeit, lasst einen Daumen nach oben dazu ein, aber gern noch kostenlosen Abo auf den Weg Richtung 60.000 Abonnenten und vergesst die Kommentare hinzulassen und zwar mit eurer Meinung zu den neuen Promo, die dann morgen beginnen. Das wird heute ein Hauptthema sein hier in diesem Video und zwar die Promo von morgen. Golasso heißt sie, wir werden die Loading Screen bequatschen, die einigen Leaks, die schon am Start sind und ich werde euch mal zeigen, was hat eigentlich generell mit dieser Promo aus. Ich bin gespannt auf eure Meinung diesbezüglich zur neuen Promo, schreibt das also gerne mal rein runter in die Kommentare. Klar, ich hab gesehen, die letzte Zeit war da ein bisschen passiv, also heute gern mal aktiv sein und damit starten wir rein und auf ganz entspannte Weise mit der Tagesanmelde-Upgrade SPC. Ich hab's jetzt schon gesagt, wir haben das 83x20er-Pack mitgenommen, nichtsdestotrotz, nach wie vor Empfehlung geht raus, daily einfach reinzugehen, auch wenn sie jetzt noch, wie gesagt, 23 Stunden verbleibend ist, aber last but not least sozusagen nochmal das 81-Doppel-Pack gerne mitnehmen und dann halt eben jetzt noch zu Full Birthday Team Nummer 2 öffnen oder eben zur nächsten Promo, zur Golasso-Geschichte. Wir machen kurz mit den zwei weiteren SPCs des heutigen Tages weiter, das ist zum einen die Top-Party in SPC mit dem in Anführungsstrichen 50k-Pack, also Fake 50k-Pack, denn es ist ein Jumbo-Primo-Gold-Profi-Pack, aber eben quasi, ja, nicht mit, ja, nicht, nicht, es sind 24 Spieler, wenn ich's richtig im Kopf hab, aber halt ein Untrade und eben, äh, Non-Rare und seltene, nicht Untrade, Non-Rare und eben seltene mit drin. Jumbo-Primo-Gold-Profi-Pack, also insgesamt ein guter Gruppen-Reward, das will ich damit sagen, und Top-Party in SPC eigentlich, wie wir's kennen. Olympique Marseille gegen Paris Saint-Germain mit mindestens Silber-Profi-Qualität. Bei einem Borussia Dortmund haben wir dann mindestens 75er-Gradian-Squad, Florenz-Arz dem Milan haben wir dann hier 77er-Gradian-Squad und ein 78er-Gradian-Squad mit ManCity gegen Arcel, das sind eigentlich genau diese vier Partien, die wir auch erwartet haben, wo die Wappen sind, das erwarten wir ja schon im Endeffekt seit ein, zwei Wochen, die sind irgendwie nicht mehr da, aber Top-Party natürlich jede Woche auf jeden Fall empfehlenswert, denn nicht nur Jumbo-Primo-Gold-Profi-Pack, tradable wohlgemerkt, ein Premium-Elektro-Pack nehmen wir auch mit, ein Prime-Gold-Profi-Pack in klein, ein Prime-Gridious-Profi-Pack und ein seltenes Gold-Profi-Pack in klein, also allein wegen den fünf Tradable-Packs solltet ihr auf jeden Fall reingehen, genau in diese SPC und das ist wie gesagt jede Woche auf jeden Fall empfehlenswert. Ja und dann wie erwartet, wie schon von EA natürlich auch gesagt, haben wir Lea Williamson jetzt als letzte Full-Birthday-SBC, wenn wir denn so wollen und es ist auch nur ein Segment und wir haben auch hier wieder zwei Wochen Zeit. Wir kennen sie ja schon als, ich glaube Centurians-Karte war es damals, äh, Williamson ist ja schon rausgekommen als Special-Karte, England müssen wir ein Spiel abgeben, 85er-Gradian-Squad hier und Anzahl der Spieler sind eben logischerweise 11 und die Frage, die jetzt eigentlich doch im Raum steht, wie sieht das Upgrade eben aus zu ihrer bis dato besten Karte. 87er-Rating war es, glaube ich, gucken wir uns gleich nochmal im Vergleich natürlich an. Also, 4-Star-5 starts jetzt, 4-Stände Spezialwägung, 5-Stände schwacher Fuß, 71 Körpergröße ist halt kritisch als Innenverteidigerin, die bringt aber mit IV und ZDM, also tendenziell dann eher ZDM spielen. Tempo ist genau ausgeglichen, 85 Antritt und 85 Sprint-Tempo und dann haben wir kurzer Pass, langer Pass, vor allem, was Herr Reuer sagt, mit 97, sehr, sehr nice, Beweglichkeit und Balance, sehr, sehr weird und sehr, sehr low, Reaktions-Stand aber dann wieder für den IV natürlich perfekt mit 96, ja, Ruhe-Stand sogar bei 88 und dann hat sie 1, Defensive, das hat sie auf jeden Fall und Physis-Sprungkraft 94, brauchst du aber auch, Ausdauer eher mau und dann aber wichtige Spielziele und wie ich finde, die Spielziele sind auf jeden Fall hier richtig positioniert, fast alle in der Defensive, vor allen Dingen Antizipation als Playstyle-Plus und passen, aber weiter passen, das ist eigentlich auch passend zur Position, also keine schlechten Playstyle-Plus, auch allgemein. Ja, sonst gute Playstyle-Plus, neun Stück insgesamt, ihr seht, welche am Start sind, also da gehen wir auf jeden Fall gleich rein in den Vergleich. Das sind also die heutigen zwei neuen SBCs für den Donnerstag und wie viele wir das eigentlich von dem Donnerstag kennen, ja, das ist die Ruhe vor dem Sturm, wenn wir denn so wollen. Heute wird es keine neue Evolution, aber ihr seht hier schon, wir haben einige Packs schon mal für morgen, für das XXL-Video sozusagen am Start und da habe ich jetzt einfach mal heute auf ganz entspannte Weise, Freunde, zwei 83-Plus-Player-Picks ready gemacht. Wir gucken rein, jetzt noch zur Full-Best-Sit-Probo Nummer 2, was uns das gönnen kann und wir starten natürlich erstmal klassikermäßig mit einem 84er, das ist natürlich relativ low und ja, fast, fast, fast so geht es auch weiter. Paredes, again, hatten wir glaube ich schon gestern, geben wir gleich ab in der SBC. Ja, und das ist eigentlich wieder so das beste Beispiel, dass die Packs quasi eigentlich von ganz alleine kommen. Ich habe jetzt wieder über 70 Packs, ja, ein paar Bronze-Packs sind wie gesagt auch dabei, vier bis sechs Stück, aber die werden wir dann auch runterziehen und dann haben wir 60 Packs tatsächlich auch schon wieder am Start. Es geht so, so schnell. Über 60 Packs habe ich jetzt wieder ready to go. Wie gesagt, es geht quasi von alleine, deshalb brauche ich mich extrem morgen auf das XXL-Pack-Opening dann zur neuen Promo. Golazo heißt sie, habe ich eben schon gesagt und heute Mittag ist nochmal ein Video auch schon angekommen zur FC-Fantasy-Geschichte mit den aktuellen neuen Upgrades. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, packt euch schon mal hier aufs i oder nachher auch gerne schon mal in die Endcard. Aber als nächstes Step machen wir weiter und zwar bei den Zielen, denn da haben wir auch was Neues am Start. Und zwar fangen wir erstmal an hier mit dem FC Pro Ding. Da haben wir nämlich FC Pro Leagues KPNE-Devise-Finale. Da ist der Bezug auf das Finale, das am 30. März eben beginnt. Und da haben wir dann wieder kleine feine Aufgaben für Wappen, für Stadion-Thema und dann für dieses kleine feine Prebo Gold Pack untradable. Und dann dazu passend haben wir hier die League Season 7 am Start. Und da ist es eben wieder hier das gleiche auf Twitch bzw. auf YouTube eben das ganze Event zuschauen. Und da haben wir dann eben hier für den 30. März 15 Minuten, 60 Minuten. Dann haben wir für den 18. April schon 15 bis 60 Minuten jeweils die zwei Aufgaben. Und dann für den 19. April 15 und 60 Minuten, wo wir uns dann hier auch wieder, ihr seht, kleine feine Packs mitnehmen können. Und ein Jumbo Primo Gold Profi Pack auch hier leider aber untradable. Trotzdem natürlich hier wieder kleine feine Packs eben am Start. Und ja, das ist so wie wir es kennen. Falls ihr da nach wie vor nicht wisst, ist euer EA-Account mit Twitch connected. Was ich euch empfehle, packt ihr auch noch mal. Ich habe da ein Video schon dazu gemacht. Zum einen, wie ihr das connectet, euren EA-Account eben mit Twitch. Und zum anderen auch, wie ihr eure jeweiligen Rewards dann bei Twitch eben abholen könnt. Alles dazu packe ich euch hier aufs i in Bezug auf, ja, wie hole ich meine Rewards dann ab. Und wie hole ich hier, komme ich quasi an die Packs ingame. Ja, vielleicht wichtig für den einen oder anderen zu wissen. Ja, und dann haben wir ein neues League-On gegen Rassismus. Und da haben wir eine Chorion, Heimtrikot und Wappen. Und ja, ihr seht es hier, ja, erziele drei Tore im beliebigen Ultimate-Team-Modus. Bereite drei Tore, spiele drei Partien und gewinne drei Partien. Also wieder kleine feine Aufgaben für so kleine Goodies. Und ich glaube, dann ist hier auch ein Trikot hinterlegt. Wieder wird ingame nicht angezeigt, aber wahrscheinlich wieder über die Web-App und Co. KG. Das ist auf jeden Fall auch neu. Und dann haben wir refreshed natürlich die Wochen-Ziele, die auch hier neu am Start sind. Ja, Freunde, ihr seht also einiges wieder Neues am Start. Und endlich wieder in den Zielen. Morgen wird es wahrscheinlich ähnlich gut weitergehen. Und da kommen wir dann eigentlich gleich schon relativ schnell zu der eben, ja, im Endeffekt Promo, die morgen ansteht. Die Ruhe vor dem Sturm, ein typischer Donnerstag. Ich habe es eben schon im Intro erwähnt. Und wir gucken jetzt mal hier kurz durch. Packs sind ja einige am Start. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Probetrachtensichten so weitergehen. Wir gehen rein jetzt erstmal ins Preview-Pack. Und wir bekommen Deutschland. Wir bekommen Stürmer. Und es wird aber nichts Besonderes. Es wird Martinez, zwei Deutsche hier, Sentinel. Das heißt, das können wir links liegen lassen. Ja, ihr seht, neben den Bronze-Packs, die hier sind, geht es dann langsam auch in die Rating-Packs. Rivals Rewards abgeholt und so weiter und so fort. Und ich habe es da gestern schon erwähnt. Die Frage halt, wann will man die Packs öffnen? Das muss am Ende des Tages jeder für sich selber wissen. Ich auf der Road to Glory habe jetzt gesagt, okay, wir werden vielleicht noch das ein oder andere, vielleicht maximal 10 Packs von den 70, die jetzt noch am Start sind, öffnen. Natürlich die Bronze-Packs, klar. Aber dass wir morgen auf jeden Fall weit über 50 Packs am Start haben und dann so viele wie möglich gehen. Ich werde wahrscheinlich auch morgen noch ein paar Player-Picks dann ready machen. Auch für speziell die nächste Promo, die dann morgen ansteht. Also da wird auf jeden Fall einiges morgen auf euch zukommen. Aber gehen wir erstmal hier raus vom aktuellen Content. Und ich nehme euch mal mit hier auf die Footbill-Szene. Denn ich würde euch kurz einmal, bevor ihr dann mit Williamson gleich kurz weitermachen, den Loring-Screen zeigen, der eben schon hier zeigt, aha, okay, es geht morgen los mit der Golasso-Promo. Und was sehen wir? Heroes und eben Icons. Wir haben ja gestern schon den Loring-Screen ein bisschen besprochen und auch schon teilweise ledig. Insofern in der Mitte ist klar, das ist ein Kolf auf der linken Seite mit der Nation. Auch obvies, wer es sein soll, natürlich ein Werbertopf. Und auf der rechten Seite, das können wir jetzt soweit auch schon mal konfirmen, ist tatsächlich Prinz, die eine Golasso-Icon bekommen wird. Und ja, was es mit der Promo eigentlich auf sich hat und ja, wie das Ganze dann funktionieren wird und was uns vielleicht dann die nächsten Tage erwartet und speziell die nächsten Wochen, das zeige ich euch speziell gleich. Kurz will ich aber den heutigen Tag mit euch gemeinsam abschließen. Und das sind eben diese beiden SBCs. Ich meine klar, hier Marki Metschers, ein dickes Muss. Und dann Williamson, keine Muss-SBC. Für mich die typische Collector-SBC. Also wenn ihr jetzt Arsenal-Fans seid oder da irgendwie, ja, eine Themen-Squad sozusagen irgendwo zusammen habt oder vielleicht die mal fürs Rating, 89er-Rating, irgendwann mal mitnehmen solltet für einen Cup zum Beispiel in diese Richtung. Einfach mal nebenbei so mitnehmen innerhalb der nächsten zwei Wochen. Wir haben hier die 87er geratete Karte, die haben wir gesagt gehabt. Centurals Team 2 war sie drin, hatte ich ja eben erwähnt. Das sind vier Pace-Upgrades, zwei Schießen, zwei Passen, drei Dribbling, drei Dev und vier Physis. Also soweit eigentlich ganz legitim für einen Plus-Zwei-Upgrade. Sie hatte schon Long-Ball-Pass drauf als Playstyle-Plus und hat eben jetzt meiner Meinung nach wichtigen Playstyle-Plus mit Antizipieren bekommen. Körpergröße in der EV ein bisschen weird. Trotzdem Reaktions-Set 96 natürlich Big Tempo-Split ist auch gut, dass der Nice am Start ist. Und dann mit dem Shadow haben wir gerade das Wichtige bei ihr. Pace, 93 Antritt, 93 Spritgeschwindigkeit, Dev natürlich dann noch mehr geboostet. Fast bei 99, 98 Dev dann da am Start mit 99 Slide-Tackle, mit 99 Defensive Awareness, 99 Interceptions. Also ganz grundsätzlich natürlich eine ganz solide Karte. Ich frage mich nur, Ingenial-Tubalities wirst du wahrscheinlich merken. Und die 71 Körpergröße tendenziell auch. Für mich dann eher eine ZDM-Karte und da finde ich dann das Passen ein bisschen zu schlecht für. Insofern für mich eine weirde Karte. Wahrscheinlich nicht nur für mich alleine, sondern wahrscheinlich auch für euch. Lasst mich gerne eure Meinung dazu in den YouTube-Kommentaren gerne wissen. Das auf jeden Fall zum Donnerstag-Content. Damit wollen wir die jetzt mal hier quasi abhaken. Und machen jetzt mit der Promo, die ich eben erwähnt habe, mit der Colasso-Promo, die uns dann morgen erwartet, weiter. Denn natürlich, wie wir es auch anders nicht gewohnt sind, sind natürlich wieder weitere Leaks am Start. Ich habe so leise Hoffnung gehabt, dass es mit den Leaks tatsächlich jetzt so ein bisschen dem Ende entgegen geht. Weil ganz ehrlich, ich habe es eigentlich gefeiert, dass Richtung Food Birthday nicht wirklich viel rausgekommen ist. Und dass man dann immer Freitag reingegangen ist und sagt, okay, man kommt jetzt raus. Und man war eigentlich auch happy, dass natürlich großartig viel man wusste. Und das hat so ein bisschen Flashbacks auf alte Zeit gegeben. Aber gut, ich glaube, da muss man jetzt karkommen mit den Leaks, die halt da sind. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch hier in der Community unterschiedliche Meinungen. Ich habe sowohl das eine als auch das andere schon gehört. Aber das muss am Ende des Tages jeder selber wissen. Fakt ist, das hier ist der neue Loading-Screen. Und wir haben natürlich auch schon ein paar Leaks am Start. Unter anderem, das würde uns Deutsche eventuell freuen, je nachdem, wie das Upgrade dann aussieht. Cola wird kommen als Hero-Karte. Golaso-Hero-Karte. Und da schreibt auch schon selber Sheriff rein. Dempsey will es auch noch, gucken wir uns gleich an. Die Stats, die ich euch natürlich gleich zeigen, die sind alle predicted. Aber wichtig hier zu wissen ist halt, dass natürlich die Frage ist, hopefully big upgrades, to be honest. Die Frage ist halt, okay, wie sieht es speziell jetzt nach dem Food Birthday mit dieser Golaso-Promo aus in Bezug auf Skillmove Weakfoot, aber eben speziell natürlich auch auf die Playstyles Plus. Die oder generell Playstyles, die am Start sind und dann halt eben auch die jeweiligen Stats. Wir haben die FC Fantasy Upgrades uns heute Mittag zum Beispiel schon angeschaut. Und wenn man da sieht, was da schon für geisteskranke Karten sind, für teilweise auch wenig Geld, bin ich halt gespannt, wie jetzt generell diese Powercurve im Allgemeinen weitergeht, Richtung dann Team of the Season. Weil sie muss sie ja im Endeffekt aufrechterhalten, dass man sagt, okay, wenn wir in Pex gehen und dann auch was ziehen, dann muss es auch irgendwie unser Main Squad sozusagen verbessern. Das ist ja grundsätzlich zumindest erstmal die Hoffnung. Und da haben wir eben jetzt Cola und wir haben Dempsey, die an sich schon am Start sind. So, wie ihr hier im Loading Screen schon gesehen habt, ist natürlich eben ganz wichtig zu erwähnen, dass wir eben nur Heroes und eben Icons dann morgen in Pex haben werden. Ich werde das gleich weiter ausführen. Als nächstes zeige ich euch noch, wer unter anderem auch tatsächlich kommen wird. Und das ist Cafu. Eine weitere Rechtsverteidiger, top, 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 Rechtsverteidigerkarte, die kommen wird. Cafu. Also ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Das ist die Definition von wirklich geisteskrank. Das ist die Definition von Sheetcodes, die wir da auf jeden Fall bekommen. Francesco Lee, Hero, kommt um die Ecke. Yolaso Hero, kommt um die Ecke. Ja, auch sie wird eine Topkarte sein hier. Die Topkarte, wunderbar. Also brauchen wir eigentlich gar nichts zu sagen. Und dann haben wir hier, ihr seht es an den beiden Zeichen, ich habe es eben erwähnt, natürlich Heroes und eben Icons. Und das erinnert so ein bisschen schon an eine Promo, die damals am Start war. Und zwar schreibt da FIFA Trading Ropenia, wir schulden sie Normal Cards, Ingo Lasso, Promo, Only Icons and Heroes. Klar, und das ist klar. Und eben SBCs, Icons und Heroes. Und das ist eben dann wichtig und elementar wichtig, was eben die nächste Zeit kommt. Also das heißt, die ein oder anderen Leaks, die ich euch zeige, können speziell dann eben auch Leaks in Bezug auf SBCs sein, nicht nur speziell auf Pack-Spieler. Und da kommen wir dann zum nächsten Themenpunkt. Es werden auch wieder zwei Versionen teilweise vorhanden sein. Zum Beispiel jetzt hier Van Persie, der wird kommen, laut FootTrader AC. Ja, Stats are Prediction. Und Van Persie wird da also kommen, mit jeweils dann zwei Versionen. Werden wir noch gleich weiter bequatschen. Als nächstes, schon erwähnt die letzten Tage, Bobby Charlton, der kommen wird. Wobei ich finde, die andere ist auch noch geisteskrank gut. Also insofern bin ich jetzt gespannt, wie die Karte dann aussieht. Und vor allem, wie teuer sie sein wird. Bobby Charlton, Freunde, eine weitere Karte. Es kann nur geisteskrank werden. Okocha, so ist glaube ich der Status Quo aktuell, soll wohl als SBC kommen. Wenn ich es richtig gehört habe. Okocha, der kommen wird vielleicht auch mit zwei Versionen. Vielleicht kommt sowas wie bei Foot Birthday eine Twin-Version. Auch vielleicht jetzt mit Heroes, Schrägstrich mit Icons. Mit jeweils dann zwei SBCs. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Warum nicht? Warum nicht? Aber warum ich mir das vorstellen kann, dazu gleich nochmal mehr. Und dann im Lodelscreen auch bestätigt. Gestern schon gezeigt, Berbatov wird wahrscheinlich auch kommen mit Marquez. Berbatov auf jeden Fall ja jetzt safe bestätigt. Ginola haben wir auch schon die Tage bequatscht. Einfach nochmal mit mit reingenommen. Okocha hatten wir eben, genau. Und dann haben wir hier nochmal in Bezug auf Packs eine Thematik, die ich auf jeden Fall erwähnen will. Mit Supreme Golaso Pack, da heißt es, includes 60 Rare Gold Player Items, 60 Freunde. Rated 85 oder höher. Mit einem garantierten To be 90 or higher. Mit einem 90 oder höher geraten Spieler. Also drei Golaso Heroes oder Icon Pick. Also drei Golaso Hero oder Icon Pick. Und dann ein Loan. Eins von drei. Zehn Spiele und alle Items untradeable. Das ist ein Pack, was kommen soll. 85 mal 60er Pack. Muss man sich mal reinziehen. EA is going wild. Schreibt auch AC Foot Trader. Also das auch in Bezug auf Foot Shops oder generell in Shops sozusagen bei EA FC. Es könnte geisteskrank werden. Wir werden das gleich weiter noch auffassen. Käuft jetzt auch, wie gesagt, mit Lodelscreen bestätigt. Wird kommen. Haben wir die Tage schon bequatscht. Bequatsch und auch Alo Vairan hier nochmal erwähnt, wird unter anderem kommen. Freunde, einfach geil. Ja, einfach geil. Also alles, was wir jetzt hier durchgehen, einfach top. Und dann hat jetzt hier Foot Sheriff, nachdem er gerade den Lotus Creek gesehen hat, jetzt auch noch Prinz rausgehauen. Also, dass ihr da Bescheid wisst, in welche Richtung das Ganze geht. Wir können mal gerade gucken, ob schon was Neues raus ist. Aber ich denke, mit Prinz wird er jetzt erstmal hier wahrscheinlich das Ende gefunden haben. Genau, vor 28 Minuten. Und dann eben, last but not least, nochmal von Donk erwähnt, auch in Bezug nochmal auf Store und auf Shop. New Packs coming soon. 84 mal 7er Upgrade. 86 plus Hero Pack. 88 plus Icon Pack. 88 plus Birthday Player. Und dann haben wir 84 mal 45er plus ein Golazo Hero Icon und 85 mal 50er. Ey, Freunde. Das ist geisteskrank. Also, wie teuer werden die Packs? Wir werden das die nächsten Tage auf jeden Fall bequatschen. wie geisteskrank teuer mit FC Points und mit Coins, was die ADA von uns fordert. Aber wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall nicht drauf eingehen. Egal, wie teuer die Dinger sind. Aber wir sehen, wo es sich hin entwickelt. Und das finde ich persönlich auf jeden Fall echt etwas geisteskrank. Aber wenn sie es beibehalten, dass wir weiter so gute Futter Packs quasi untrade for free bekommen, durch den Grind, durch Spielen, durch die Rival Rewards, die ja auch abgeändert worden sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch richtig geile Pack Rewards unter anderem am Start sind. So, also, de facto, morgen geht's los mit der Golazo Promo. Und jetzt eben die Frage, ist euch da schon was aufgefallen? Denn ganz offensichtlich haben wir natürlich hier es mit der Trophy Titans Promo eben zu tun. Und da bin ich nochmal quasi zurückgegangen. Und die ist am 7.4. mit Team 1 gestartet. Und am 14.4. 2023 mit Team Nummer 2. Trophy Titans Promo. Könnt ihr euch daran noch erinnern, Freunde? Da ging es genauso. Eben nur ums Icons und eben um Heroes. Und da war unter anderem dann eben auch diese Twin-Geschichte am Start. Also, beispielsweise Torres hier auf der einen Seite. 94er geratete Karte, aber auch eine 86er geratete Karte. Eine relativ low-geratete Karte. 86er, die war fast gefühlt überall drin. Aber war dementsprechend auch relativ günstig. Der Peros, ein weiterer Punkt. Wir hatten aber auch saftige Heroes am Start. Oder zum Beispiel Lahm, die Twin-Geschichte. 92er Version und 93er Version und so weiter und so fort. Also, dahin wird es wahrscheinlich hier in diese Richtung gehen. Und dann hatten wir ja teilweise auch Bearcamp am Start. Aber wichtig, und das will ich an der Stelle ganz wichtig hier nochmal erwähnen, Bearcamp, diese Karte war eine Objective-Karte. Das heißt, wenn wir es so sehen, haben wir diese Objective-Karte, die konnte man craften, haben wir for free bekommen. Eine Icon for free. Und das ist meine Hoffnung in EAFC 24, dass wir tatsächlich hier, wie wir es letztes Jahr sozusagen bekommen haben, eine Bearcamp-Karte for free kriegen. Also nicht Bearcamp speziell, sondern einfach generell eine Icon-Karte, welche es auch immer dann sein mag, durch die Objectives craften können. Das ist meine Hoffnung, dass dann morgen eine geile, geile, geile Icon, Golazo-Icon-Karte, wenn wir es ja jetzt eben durch das Trophy-Titans-Icon, dass die morgen vor free kommt. Das ist meine große, große Hoffnung, weil es einfach geil wäre. Weil es einfach richtig, richtig nice wäre. Und wenn man sieht hier, wie das Team 1 aussah, und wenn man dann speziell zu Trophy-Titans-Team Nummer 2 geht, mit einem eher neuen 97er-Gerated, geisteskrank. Aber auch hier, ich finde das auch, das ist ja auch einfach crazy gewesen. Freunde, wisst ihr noch, was da abging? Da liegt Leash hier am Start, die 94er-Version, die Twin-Version teilweise. Also das ist 1 zu 1 im Endeffekt, die Probe aus letztem Jahr. Halt jetzt eben nicht mehr Trophy-Titans. Warum sie auch jetzt nicht mehr Trophy-Titans hat, weiß kein Mensch. Aber auf jeden Fall heißt sie jetzt Gulasso. Und das ist genau diese Probe, die uns erwartet. Und das wollte ich mit Bergkamp euch nochmal ins Gedächtnis rufen. Das, und das müssen wir jetzt, wie gesagt, morgen dann begutachten, ob es so der Fall ist, dass wir hoffentlich mal wieder eine Trophy-Titans, in dem Fall Gulasso-Icon, eben for free bekommen. Das wäre meiner Meinung nach das Beste, was sie morgen machen könnten. Aber ich finde nach wie vor, das Wichtigste, oder was sie jetzt am meisten begutachten müssen, ist, dass eben diese Gulasso-Karten, die um die Ecke kommen, eben dann auch passend zur Power-Curve sind, eben zu den Food-Burse-Day-Karten. Wie gesagt, mit den Twins, das hatten wir ja schon, beispielsweise mit Hegerberg und so weiter und so fort. Das kennen wir jetzt von der Food-Burse-Geschichte. Das wäre in dem Fall nichts Neues, aber eben spezieller Bezug auf die Power-Curve. Da bin ich sehr gespannt auf morgen. Lasst uns das gemeinsam auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe, ihr seid auch da natürlich wieder mit dabei. Wenn ihr heute von heute Mittag das FC-Upgrade, Fantasy-Upgrades noch nicht gesehen habt, dann einmal hier oben abchecken. Oder gerne auch das Video von gestern hier nochmal. Da findet ihr auch alles Wichtige dazu. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen wird. Ja, lasst gerne die Bedarfsfreunde. Jetzt stellt euch ein Like, warte, falls ihr das jetzt könnt. Und dann sage ich mal bis morgen zum XXL-Gulasso-Video. Ich freue mich drauf, Freunde. Icons, Heroes. Mal schauen, was wir ziehen, was wir Player picken können. Insofern bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.